Gebannt wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht, beobachtete ich fäusteballend und schwitzend, wie dieser Zug, der elenden und boshaften, sein Lager direkt vor meinem Zaun aufschlug. Deswegen waren die Späher dagewesen. Sie hatten heute keine leichte Beute gesucht, sondern einen sicheren Lagerplatz, und die Sackgasse war ideal, da die vermeintlich leeren Häuser, die Zäune und die verwilderten Gärten Blickschutz nach drei Seiten boten. Während ich beobachtete, wie die Degenerierten und ihre Gefangenen vor meinem Haus ihr Lager aufschlugen, versuchte ich, die Lage zu analysieren. Im ersten Stock des Hauses war ich fürs Erste sicher vor Entdeckung. Bald schon konnte ich eine simple Hierarchie innerhalb der Gruppe ausmachen. Ein Kerl war etwas älter als der Rest, so um die fünfzig vielleicht. Er war von drahtiger Statur, als einziger nicht in Lumpen gekleidet und relativ hoch gewachsen. Er stand von zwei kräftigen Männern flankiert inmitten des Treibens und schien sich mit ihnen zu beraten. Der Rest der Truppe war damit beschäftigt, die von den nackten Gefangenen gezogenen Wagen zu entladen oder aus den Nachbarhäusern brennbares Material herauszutragen und es in der Mitte des improvisierten Camps anzuhäufen. Die Gefangenen waren weiterhin an den beiden Karren festgebunden, hatten sich aber inzwischen auf den Boden gesetzt und versuchten mit gesenktem Blick nicht in Unmut der geschäftlich umhereilenden Degenerierten auf sich zu ziehen. Ab und an wurde dennoch einer von ihnen im Vorbeigehen geschlagen oder getreten und das schmerzerfüllte Aufkeuchen ließ die Decks jedes Mal spöttisch lachen. Einmal zeigte einer von ihnen Richtung meines Hauses, ein anderes Mal rüttelte sogar einer an der Kette, mit der ich das Tor verschlossen hatte, und mir wurde schlecht vor Angst. Nicht, noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Der Anführer rief den Mann schließlich zur Ordnung. Es sei genug Holz für ein anständiges Feuer da. Um das Tor würde man sich morgen kümmern. So zumindest interpretierte ich die Gesten des Anführers. Ich atmete auf. Ja, ihr widerliches Pack. Kümmert euch mal schön morgen um das Tor. Beachtet mich einfach gar nicht. Ich sah ihnen noch eine Weile zu, bis ich wirklich sicher war, dass sie es sich nicht doch noch anders überlegen würden. Die Karren hatten sie quer auf die Straße gestellt, sodass sie eine Barriere bildeten, die das Lager von der offenen Straße abschirmte. So waren sie von meinem Zaun, den beiden Nachbarhäusern und den Karren vor Angriffen von anderen Banden und wilden Tieren geschützt. Die Zelte hatten sie abgeladen, aber nicht aufgebaut, sondern die Planen und Zeltstangen am östlichen Rand des Lagers abgelegt. Nahrungsmittel und Wasserbehälter waren in die Mitte des Camps gebracht worden, wo schon ein kleines Feuer aus geplünderten Möbeln und Büchern angefacht worden war. Der Anführer nahm von seinen beiden Handlangern beschützt mit dem Rücken zu mehr Platz und den Blick hatte er der Straße zugewandt. Auch die meisten anderen Degenerierten setzten sich im Kreis um die Feuerstätte, außer einem, der sich anschickte, das Essen zuzubereiten und zu diesem Zweck etwas, das aussah wie der Kadaver irgendeines nicht näher bestimmbaren Tieres, aus einem blauen Müllsack zerrte und zwei weiteren Männern, die mit geschulterten Sperren die Straße hinabliefen und etwa 30 Meter vom Lager entfernt Stellung bezogen. Wunderbar. Ich schien tatsächlich eine gewisse Narrenfreiheit zu genießen, zumindest solange ich keinen Lärm machte und mich draußen oder an den Fenstern nicht blicken ließ. Der Anführer hatte jetzt ein kleines, in Leder geschlagenes Buch aus einer seiner Taschen geholt und schien es zu studieren. Der Rest der Gruppe unterhielt sich und ab und an gab einer der Adjutanten scheinbar eine Anweisung mit etwas gehobener Stimme, wie ich an der Körpersprache ablesen konnte. Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber es war auch so zu sehen, dass es keinen konkreten Grund für den scheinbaren Befehlston gab, da niemand mit irgendeiner sichtbaren Aktion darauf reagierte. Es schien dabei nur um die Klarstellung der Hierarchie zu gehen. Ich warf einen letzten Blick auf die verwahrloste Gruppe. Die gespannte Armbrust lehnte ich schließlich neben dem Fenster an die Wand, wobei ich darauf achtete, nicht gegen den kalten Heizkörper unter dem Fenster zu stoßen, um keinen Lärm zu verursachen und mich aus Versehen zu verraten. Die beiden Aluminiumbolzen ließ ich zusammen mit denen, die ich selbst hergestellt hatte, auf dem Fensterbrett liegen und ging mit meiner Machete in der Hand und dem Fadenmesser am Gürtel runter ins Erdgeschoss. Dort begann ich meinen Plan in die Tat umzusetzen. Während ich also das Haus inzwischen zum zweiten Mal nach brauchbaren Gegenständen durchsuchte, war mir eines völlig klar. Wenn ich es wirklich mit einer solchen Übermacht aufnehmen wollte, musste ich mich vorbereiten. Ich schlich vorsichtig und geduckt durch das ganze Haus und sammelte alles, was ich für nützlich hielt im Eingangsbereich. Immer wenn ich einen Raum zur Gänze geplündert hatte, versuchte ich, die Tür zu diesem Raum zu blockieren. Manchmal gelang mir das durch simples Umdrehen eines Schlüssels, der sich noch im Türschloss befunden hatte, aber hin und wieder musste ich noch zu einem Besenstiel, einer Standlampe oder ähnlichem greifen. Es durfte nur einen einzigen Weg geben, um in das Schlafzimmer im Obergeschoss zu gelangen, denn von dort wollte ich meinen Angriff starten. Zunächst musste ich aber noch einmal in den Keller. Ich schloss die Tür so leise wie möglich auf und stieg die Stufen hinab. Hier lag noch ein kleines Beil, dort ein Hammer. Ich fand eine Flasche mit Lösungsmittel und etwa zwei Liter Benzin für eine Kettensäge, die allerdings nirgends zu sehen war. Wieder im Erdgeschoss angekommen, ließ ich meinen Blick über den Plunder schweifen, den ich hier angesammelt hatte. Mit einem Mal kam mir mein Plan komplett idiotisch vor. Ich würde mit Sicherheit draufgehen. Andererseits, was war das schon für ein Leben, das ich heute eventuell verlieren würde? Ziellos, rastlos und sinnlos. Mehr fiel mir im Moment nicht ein, um meinen Daseinszustand zu beschreiben, und ich wusste auch nicht mehr, ob es vor dem Krieg einmal anders gewesen war. Zur Gänze erschlafft und Gedanken versunken stand ich noch einige Minuten herum, gefangen in einem Netz sich widersprechender Gedanken und schemenhafter Erinnerungen. Dann musste ich wieder an das Mädchen denken, das die Degenerierten den wilden Hunden geopfert hatten, und an die drei anderen Kinder, die nach wie vor an den Karren vor dem Haus gefesselt waren. Schließlich machte ich mich wieder an die Arbeit. In gewisser Weise arbeitete ich rückwärts, von der Eingangstür aus bis hoch ins Schlafzimmer. Dabei war mir die ganze Zeit überbewusst, dass keine meiner Maßnahmen geeignet war, einen der Degenerierten wirklich zu töten. Vielmehr versuchte ich mit meinem Tun dafür zu sorgen, dass sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht gegen mich einsetzen und alle auf einmal über mich herfallen konnten. Wenn ich Glück hatte, würde ich zwei oder drei von ihnen erwischen, bevor sie über den Zaun geklettert wären. Die übrigen würden wahrscheinlich versuchen, durch die Eingangstür oder durch eines der Fenster im Erdgeschoss in das Haus einzudringen. Aber egal, welchen Weg sie wählen würden, um zu mir zu gelangen und mich zu töten, am Ende würde jeder einzelne von ihnen im Eingangsbereich landen und versuchen, über die Treppe, die nach oben ins Schlafzimmer führte, an mich heranzukommen. Und der Anführer blätterte nach wie vor in seinem kleinen Lederbüchlein. Einen besseren Zeitpunkt als jetzt gab es nicht. Ich hob die Armbrust auf und öffnete so leise wie möglich das Fenster. Dort unten hatte keiner etwas bemerkt und ich nahm den Hinterkopf des Anführers ins Visier. Durch das Zielfernrohr der Waffe konnte ich erkennen, dass sein Haar hier und da bereits grau wurde, aber das sollte seine Sorge nicht sein. Viel älter würde er nicht mehr werden. Ich atmete tief ein, hielt die Luft an. Dann drückte ich ab. Der Bolzen brauchte den Bruchteil einer Sekunde, um sein Ziel zu erreichen. Mit einem nassen, irgendwie knirschenden Geräusch drang das Geschoss von hinten tief in den Schädel des Anführers ein und riss ihn nach vorne. Das Buch fiel aus seinen Händen in den Dreck und sein Körper sank in sich zusammen. Ich wartete die Reaktion seiner Kameraden nicht ab, sondern bewegte mich, um nicht entdeckt zu werden, schnell vom Fenster weg und begann, die Armbrust wieder schussbereit zu machen. Als ich die Sehne neu gespannt hatte und gerade dabei war, den Bolzen einzulegen, hörte ich die ersten Schreie. Das Chaos dort unten und die Schrecksekunde der Degenerierten ausnutzend trat ich wieder ans Fenster und zielte erneut. Die beiden Adjutanten hatten sich über die Leiche des Anführers gebeugt. Der Rest der Gruppe hatte nach den Waffen gegriffen und sie blickten sich argwöhnisch um. Noch hatte mich allerdings keiner entdeckt und jetzt ließ ich mir Zeit. Durch das Zielfernrohr suchte ich mir den Degenerierten aus, der am größten und gefährlichsten aussah.